Herzlich Willkommen auf Revitec. In diesem Video geht es um die Holife Garming Maus. Unabhängig von den programmierbaren Funktionen, der ausgefallenen, coolen Mehrfachbeleuchtung, dem unübertroffenen ergonomischen Layout, der starken Haltbarkeit oder der hervorragenden Leistung erfüllt diese maßgeschneiderte Kabelgebundene Maus speziell für Anfänger und ältere Spieler ihre Spielanforderungen. Eine Waffe, die sie nicht verpassen dürfen um um deinen Sieg zu kämpfen. Ausgestattet mit einem Feuerknopf auf der linken Seite erreicht diese Garming Maus, dass ein Klick auf den Feuerknopf dreimaligen Klicks auf den linken Knopf entspricht, was ihnen einen Vorsprung im Spiel verschafft. Unterstützt Plug und Play ohne Treiber oder Software. Der vernickelte USB-Anschluss gewährleistet eine stabile Datenübertragung ohne Störungen oder Verzögerungen beim Spielen. Das 1,5 Meter lange Netzkabel garantiert ausreichende Bewegungsfreiheit. 5 Einstellbarer DPI. Drücken Sie einfach die DPI-Taste, um zwischen verschiedenen DPI-Stufen umzuschalten und die Mausgeschwindigkeit an die Anforderungen des Spiels anzupassen. Jeder DPI hat seine eigene Anzeigefarbe 1200 Rot, 2400 Blau, 3500 Grün, 5500 Lila und 7200 Gelb. Falls dir das Video würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.